Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Dienstag, dem 4. Juni 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 628 und heute habe ich die folgenden Themen mitgebracht. Cupheads, Oppo, WWDC, Geschwindigkeitsanzeige und WWDC nur dezent angestreift. Oder ein bisschen mehr, wie auch immer. Wir schauen mal, was alles reinpasst in die heutige Folge. Zuerst starte ich mit Tesla. Elon Musk hat wieder mal was erzählt, was ein bisschen Wellen geschlagen hat. Es ist diesmal nicht eine neue Funktion, neue Möglichkeiten im Autopilot etc. Nein, es ist ein Spiel, was auf den Tesla kommen wird. Cuphead, und zwar Spiel ist übertrieben. Aufgrund des Speichermangels im Tesla selber wird nur das erste Kapitel, oder der erste Teil, die erste Insel vom Spiel mit übertragen, dass man dann spielen kann. Das Ganze erinnert mich, oder das Spiel Cuphead erinnert mich sehr stark an, ja, wie soll ich sagen, irgendwie Disney, Mickey Mouse und Co. im Jahre 1923 oder sowas. Sehr, sehr, ja, schaut es euch am besten selber an. Ein Video ist bei uns in den Shownotes verlinkt mit einem Beitrag, wo ihr das Ganze noch ein bisschen genauer nachlesen könnt. OPPO, die sind ja vor kurzem erst gerade aufgefallen und die Leser, Leser, genau. Zuhörer im Geek Talk Daily Podcast, aber auch im Geek Talk, dem Mutterformat, haben ja mitbekommen, das war das erste 5G Smartphone, welches in der Schweiz auf den Markt gekommen ist, dass man über den Swisscom, also über den Provider Swisscom, ja, kaufen konnte, mit Conte, Betonung auf Conte, weil aktuell ist ausgebucht oder ausverkauft, ist besser gesagt. Und ich warte ja auch immer noch auf mein Testgerät. Mal schauen, wenn das doch noch klappt. Und die haben jetzt, ja, ziemlich überraschend was gezeigt, was vielleicht, aber sie haben sich nicht dazu geäußert, wann nächstens gelüftet wird, weil man sagt es schon länger, diese Notches und diese Kameras, die oben rauskommen, wie eben mit diesem 5G Smartphone zum Beispiel, dass das nur eine Übergangsphase sei, weil das, die Kameralinse soll hinters Display gehen. Genauso wie der Fingerprint-Sensor, nur mit gewissen Abstrichen. Und kaum hat OPPO das verkündet, ging dann im gleichen Kanal, ich glaube Weibo war das oder irgendwie sonst ein chinesischer Social Network oder Messenger, hat dann auch noch Xiaomi sein Video gezeigt, was anscheinend schon einen Monat alt sein soll, wo das Gleiche quasi ist, also die Kamera auch hinter das Display versteckt worden ist. Aber auch sie haben nichts zu einem Veröffentlichungstermin gesagt. Ja, gestern Abend war sie die große WWDC-Entwicklermesse von Apple und da gab es einiges Neuigkeiten. Ich hatte ja Papatag und konnte somit nicht ganz so intensiv schauen, respektiv habe es mit meiner zweiten Tochter geschaut und war die ganze Zeit dabei zu übersetzen oder es zumindest versuchen und dem Ganzen natürlich noch folgen. Ein paar Dinge, die rausgestochen haben und für diejenigen, die sich dafür interessieren, geektalk.ch, der Mutter-Podcast, hier das wöchentliche News-Format, da werden wir am Mittwoch das Ganze besprechen, wie immer mit ein, zwei Tagen Abstand und mit ein bisschen mehr Informationen werden wir die WWDC sicherlich nochmals ein bisschen hinterleuchten. Aber bis dahin soll es mal damit sein, dass zum Beispiel eine coole neue Funktion anmelden mit Apple. Wer kennt das nicht? Mit Google-Einloggen, mit Facebook-Einloggen und ich glaube, denen darf man das auch glauben. Finde ich cool. Ich hoffe, das bieten viele Apps und Web-Dienste dann schlussendlich auch an. Da werde ich sicherlich beim einen oder anderen darauf aufspringen. Dann hat Apple einiges gezeigt im Bereich von Software, Hardware. Da komme ich noch gleich dazu. TV-OS, da haben sie zuerst ein bisschen gezeigt. Multi-User-Support, Playtime und so weiter kommt drauf. Bei WatchOS gibt es einige neue Funktionen, einige neue Geschichten, auch im Bereich Gesundheit logischerweise. Da punkten sie sehr stark. Im iOS-Bereich, also auf dem iPhone, kann man mittlerweile noch sagen, und iPod Touch logischerweise, da bekommt man 30% schnelleres Face-ID, man bekommt 60% kleinere Downloads und auch die Updates werden kleiner, weil neu verpackt etc. Und der Dark-Mode, ein Ding, was ich bis jetzt nicht verstanden habe, aber das kommt jetzt auch fürs iPhone. Dann wurden die Apple-Karten überarbeitet, und zwar ziemlich stark, aber bitte, ja, habt Geduld. Ab Ende 2019 ist die ganze USA neu verkartet. Die restlichen Länder folgen irgendwann dann nach 2020. Wir dürfen gespannt sein. Es gibt, was gibt es noch? Personalisierte Memoji. Es gibt beim Foto und Video deutliche Verbesserungen. AirPod wurde verbessert im Sinne von Siri, welche Nachrichten vorliest. Was mir gefallen hat, iPhones können untereinander Musikstücke weitergeben, oder zumindest das, was man anhört, beim anderen weitergeben. CarPlay wurde was geändert. Ganz, ganz cool, und da freue ich mich drauf. iPad OS, da tut sich einiges in dem Bereich, und da freue ich mich noch mehr. Hier habe ich im Dezember, November, November war es, letzten Jahres, den Schritt gewagt, und das 12.9 Zoll iPad mir zugelegt. Dann wurde vorgestellt, neue Hardware, ab Herbst verfügbar, ab knapp 6.000 US-Dollar, der Mac Pro, der jetzt wieder groß ist, und eine riesen Power-Maschine ist, und auch ein eigenes Display mit Ständer, der zusätzlich gekauft werden kann, wenn man ihn dann braucht, und so weiter. Beim Mac OS wurde fleissig geschraubt, schraubt wie gestern angekündigt, iTunes wird aufgesplittet, doch kein Mail und Safari da drin, ja, kann man machen, wie auch immer. Find my irgendwas, AirKit wurde wieder, ja, kräftig dran geschraubt, und ich glaube ja nach wie vor an AirKit, oder AR-Geschichte, und was da alles dahinter ist. Also wirklich, wirklich, ja, schöne Neuigkeiten. Ich habe euch ein paar Artikel verlinkt, wo das Ganze ein bisschen genauer beschrieben ist. Zum einen die Hardware, die wenige, die zumindest vorgestellt wurde, und natürlich die ganzen OS-Geschichten, die neu dazugekommen sind. Und zu guter Letzt, für all diejenigen, die sich nicht ganz so stark für Apple interessieren, da gibt es ja, gibt es sicherlich die Woche noch einiges zu hören, weil die WWDC noch läuft, habe ich noch eine Neuigkeit zu Google Maps, die aber leider uns hier im Bereich, wo ihr wahrscheinlich zuhört, also der DACH-Region, nicht zutrifft. Google rollt in 40 Ländern dieser Welt Geschwindigkeitsanzeigen in ihren Maps aus. Zum ersten Mal im Jahre 2016 gesichtet, und ja, jetzt hat sie es endlich in die offizielle App geschafft. Auch die ganzen Blitzradar-Warnungen sollen von Waze-Wasse, wie man das auch immer ausspricht, in die Google Maps reinwandern. Aber wie gesagt, Australien, Brasilien und bis runter nach Spanien und so weiter ist alles mit dabei, aber kein Deutschland, kein Österreich und kein Schweiz. Somit schade an der Stelle, aber vielleicht kommt es ja dann irgendwann doch auch noch für uns, wer das überhaupt nutzt. Logischerweise. Ja, das waren es mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte, am Dienstag, morgen Mittwoch. Da freue ich mich schon drauf, gehe ich ein neues Büro anschauen, drückt mir die Daumen, aber wenn alles klappt, vorher hören wir uns ja noch. Morgen um 4 Uhr kommt natürlich dann meine neueste Folge, sofern alles tut, wie es soll. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag, viel Erfolg und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.